Alle Ponell, stellt wo er liegt, wir treten. Alle Ponell, stellt wo er liegt, wir treten. Alle Ponell, stellt wo er liegt, wir treten an, mit Ohne, wir treten an, Ende. Im Schutz des Steilfeuers sowie des eingesetzten Nebels ziehen Sie nun den Angriff des Grenadierzuges zum Öffnen der Sperre. Nachdem die Feindkräfte sowohl durch Steilfeuer als auch durch die Ponell, und durch die Fahrtkanonen der Schützenpanzer bekämpft wurden, sitzt der Grenadierzug ab, um den letzten Widerstand der feindlichen Kräfte zu brechen. Allhtal Technik Allhtal Technik Allhtal Technik Allhtal Technik Was ist das? Nachdem die Grenadiere die Sperre überwunden und alle Feindkräfte neutralisiert wurden, wird die Bewegungslinie geöffnet. Dabei wird die Sperre zuerst mit dem Schützepanzer überwunden und Sicherung eingesetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es wird in Kürze die Straße für handelsübliche und gelängegängige Fahrzeuge freigemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Straße ist nun frei. Hilfstransporte können ungehindert passieren. Der Zug hat seinen Auftrag erfüllt. Der Panzergrenadierzug formiert nun um und stellt sich in Kürze vor Ihnen auf. Fotos und Videos dürfen dort gerne angefertigt werden. Hier ist man wieder. Hast du keine Angst gehabt? Ich sag's doch, du wirst, du wirst ein Mädchen. Der, der was wirst, Großkrieg spielst. 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 Ich mach jetzt aufstehen. Das ist überraschend. Ich hab mir schon gesagt, dass ich mich heute so auf die Dusche gefahren habe. Ich hab mich mit dem Aufwandhobby aber gekannt. Jetzt sind wir weiter. Rägel ... ... und ... ... und ... ... und ... ... und ... Ich denke, die Kamera hat sich einen ordentlichen Applaus verdient. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie da waren. Der Tag der offenen Tür 2018 bei uns in der Wüstenkarnison neigt sich langsam seinem offiziellen Ende zu. Vergessen Sie nicht auf die Verlosung der Trompella um 19 Uhr. Es gibt tolle Preise, wie zum Beispiel einen Pandelfallschirmsprung, einen Schützepanzer mitfahren und sogar eine 2 Stunden Hands-on-Fahrt mit einem echten Tesla 3 zu gewinnen. Das Sommerfest bei der Panzerhalle versorgt Sie bis 22 Uhr mit Essen und Getränken. Ich darf Ihnen doch einen schönen Abend wünschen und freue mich.